Die Radiologie. Unendliche Möglichkeiten, um Menschen zu helfen, aber auch für dich. Für Technikmuffe ist die Radiologie im Krankenhaus auf jeden Fall nichts. Ich habe hier damals in der Asklepios Klinik Altona mein erstes Praktikum gemacht und mich direkt hier verliebt auch in die Abteilung und bin dann auch nach der Ausbildung direkt hier gestartet. Als medizinisch-technische Radiologieassistentin hat man einfach den Durchblick. Besonders toll ist die Kombination aus dem sozialen, menschlichen Teil und auch aus der Technik, die immer moderner wird. Die Aufgaben der MTA hier in der Asklepios Klinik Altona sind vielfältig. Natürlich gehört das Röntgen dazu, aber viel wichtiger für uns sind die hochtechnisierten Geräte wie MRT und CT. Aber eben auch, und das ist vielleicht auch die Abgrenzung zu den Arztpraxen draußen, wir machen sehr viele bildgesteuerte Eingriffe. Also die Interventionsradiologie spielt eine wesentliche Rolle, wo die MTA steril assistiert und die Patienten eben auch dabei versorgt. Die Herausforderung besteht auf jeden Fall auch in der Organisation in unseren einzelnen Bereichen. Gerade wenn Notfälle dazwischen kommen, muss man umplanen, flexibel sein. Das gehört hier auf jeden Fall dazu. Wir werden hier gefordert und gefördert. Der Vorteil in unserer Abteilung ist auch, dass wir uns wöchentlich besprechen, mit den Ärzten zusammen eine Fortbildung haben, in der zum Beispiel interessante Fälle der vergangenen Woche gezeigt werden, auch was aus diesem Patienten dann im Anschluss geworden ist. Wir sind ein großes Team und immer darauf bedacht, uns gegenseitig zu unterstützen. Ich fühle mich auf jeden Fall angekommen hier bei uns in der Abteilung. Seit sieben Jahren bin ich hier und kann mir auch gar nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Und das Beste ist, wir arbeiten hier nicht Lichtjahre von der Erde entfernt, sondern in Hamburg-Altona.